Sackgasse. Die Gefallenen haben das Tor verriegelt. Aber ich krieg es auf. Hier soll wohl wirklich niemand reinpappen. Oder raus. Das sieht schon krass aus hier, ey. Ach ne. Was ist das? Viel Bewegung voraus. Ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Die Musik gefällt mir gar nicht. Wo? Das kann nicht sein. Die Schar. Was ist das? Alter, was ist das? Ah! Das ist nicht. Auch ein Abflug. Leib was? Leib eigener. Oh. Oh. Hier ist eine Hexe. Wenn du irgendwas in der Luft schweben siehst, musst du es abschießen. Was ist das? Das ist wirklich behindert. Ah! Oh! 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 Die Hexe ist hier. Ja, ist die. Das macht sich so krassen Scheiß. Oh. Das macht sich so krassen. Die Dunkelheit könnte viel näher sein als wir denken. Okay. Goldene Kanone haben wir bald frei. Ich würd's mal irgendwie freuen, wenn wir nicht jedes Mal in den Tower müssten zum dekodieren. Verformungsklown. Die Waffe hätte ich irgendwie schon gern. 26 Angriff. Hey, da haben wir auch ne neue Waffe. Ne Schlotflinte, wie geil. So, dann machen wir noch eine Runde und dann desinfizieren. Ja. Dann... Ich hab's gleich, wartet. Mir fällt's gar nicht ein. Dann dekodieren. Jetzt hab ich's. Dann dekodieren wir das Ganze mal. Die Vorhut berichtet, dass sich die Gefallenen über Maschinen im Kosmodrom hermachen. Und ich vermute, dass sie nicht einfach nur plündern. Was immer sie suchen, wir sollten es vor ihnen finden. Ich registriere starke gefallenen Aktivität bei der vergessenen Küste. Der Krieggeist. Das ist meilenweit weg. Warte! Hier gibt es ein Fahrzeugnetzwerk der Hüter. Damit könnten wir von unserem Schiff aus ein Bodenfahrzeug rufen. Los! Ich verbinde sich mit dem Fahrzeugnetzwerk. So, das muss dann da unten... ...gemacht werden. Geiles Teil. Alter. Sieht aber auch geil aus, ey. Finde ich cool, dass auf der Map noch welche mit rumlaufen. Hier ist der Sparrow Link. Entschlüssel Lagerdaten, verschränkte Kettvektoren und wir sind verbunden. Okay, wenn du den Sparrow nimmst, sind wir in ein paar Sekunden an der vergessenen Küste. Eißes Geil. Fick dich. So war das jetzt eigentlich nicht gedacht. Das ist ein Level 5er. So machen die so böse Damage. Ich muss es mal schnell hochleveln. Hier sind Feinde, wo sind Feinde? Hier irgendwo. Alter, ich hab mich fast ausgemacht. Aber es fehlt nicht mehr viel zu Level Up. Jahr. Der vornal这样 SAW ich hab gemacht, ey. Scheiße. Näher an uns der Küste. Die Gefallenen benutzen eine Art Signalverstömer. Sie sind keine Feinde. Mal sehen, was sie übertragen. Hey, wo ist mein Sparrow? Oh, mein Neuen. Alter, hau ab. Hau ab, bevor der mich nicht umdreht ist. 35. Der hat auch Spaß. Nashkill. Oh, fuck. Schlecker. Kille. Die war schlecht geworden. Kille. 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 Kille.